1, 2, 1, 2. Das Mikro, das ist angesteckt. In Kürze wird der Körper aufgeweckt. Einen wunderschönen guten Morgen, recht herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir haben schon wieder Wochenmitte, Kinder, die Zeit, die rennt. Das ist ein Wahnsinn. Ja, und ich würde sagen, damit wir keine Zeit verlieren, fangen wir klar mit dem Trainieren. Mein Gott, heute rennen sie wieder, die Reime. Unglaublich. So, erste Geschichte, die wir gemeinsam machen. Wie immer, bitte achten wir darauf, dass wir uns groß machen. Dass wir unser Lächeln aufsetzen. Und jetzt beginnen wir uns einmal von rechts nach links zu bewegen. Von der einen zur anderen Seite. Pendeln wir einmal so hin und her. Ganz entspannt, ganz locker. Fühlen einmal hinein. Wir kennen das in den heutigen Tag. Es ist nicht jeder gleich. Ich weiß ja, wie es euch geht. Ich zum Beispiel gestern, ich konnte gar nicht einschlafen. Und dann habe ich mir gedacht, was ist da wieder los? Dann habe ich mich wieder rausgelegt zum Fernseher. Und ich bin so ein Fernsehschläfer. Ich traue meinen Film auf und fünf Minuten später schlafe ich ein. So, wir pendeln, werden größer von der Bewegung her. Ja, und jetzt nehmen wir auch noch die Arme dazu und beginnen hier zu schwingen. Einsteiger-Variante einmal klein und natürlich dann, hier kann ich größer werden. In der Profi-Variante kann da nach unten gehen, in die Knie, setze das Lächeln auf und auf geht's. Anschließend, wir starten wieder durch. Rechts, links, dynamisch hinein in den neuen Tag. Ja, Fotos habe ich wieder bekommen. Das Erste möchte ich euch gleich zeigen. Und zwar, hallo Philipp, ich turne täglich mit dir. Seitdem wir auf KRONE-TV vortunst mit. Weiter so und liebe Grüße aus Ried im Inkreis. Die Andrea. Dankeschön. Super. Ja. Und ihr werdet größer. Ja, ich darf natürlich euch alle bitten, ihr seid ja praktisch der größte Verstärker überhaupt, was das Turnen betrifft. Sagt es den Leuten, wo sie uns finden, dass sie gemeinsam mit uns mit turnen können. Einige wissen es noch nicht. Aber dank euch werden wir jeden Tag mehr groß werden, schwingen. Und wir kommen schon zur Mitte. So, weiter geht's mit der Ellbogengelenksmobilisation. Ausgangsposition, dass wir uns gut fühlen. Immer bitte darauf achten, dass wir nicht ganz steif gestreckt stehen, sondern ein bisschen einfedern. So, Ellbogen zur Seite. Und jetzt beginnen wir hier unseren Scheibenwischer in Bewegung zu setzen. Ganz locker mal hier schwingen zu lassen. Ja, freue mich natürlich über weitere Fotos, Videos an Philipp Bewegt, der krone.tv. Apropos Foto. Ja, wir werden vielleicht ein bisschen größer von der Bewegung her. Und jetzt können wir mal versuchen, hier in eine Richtung zu kreisen. Eine Richtung zu kreisen. Dann kann ich die Richtung einmal wechseln. Das heißt, ihr könnt euch da immer wieder spielen. Einmal. Zwei. Da sind wir. Also unten pendeln. Und dann schwingen wir einmal in die eine. Dann kann ich wieder wechseln, gehe in die andere Richtung. Sehr gut. So. Und einfach wieder pendeln lassen. Wieder kreisen. Und in die andere Richtung. Und immer dabei, ganz wichtig bitte, die Atmung fließen lassen. So, wir lockern kurz aus. Jetzt greifen wir da vorne ineinander. Und machen so ein bisschen so ein Achtung. Unsere Handgelenksmobilisation. Auch die soll nicht fehlen. Ja, brauchen wir auch immer wieder. Auch da in eine Richtung einmal zu gehen. Und dann kann ich einmal die Richtung auch hier wechseln. Und dann greifen wir schon an. Dann wird es schon ein bisschen intensiver werden. Ja. Also, einmal in die eine. Und dann wieder in die andere Richtung zu gehen. Ja, da haben wir es. Da schaut es her. Jawohl. Zack. Bam, 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 bam. Ja, super. Dankeschön. Und jetzt geht es an. Und zwar, wir stellen uns wieder hin. Strecken die Arme zur Seite. Handflächen aufgestellt. Und wir beginnen jetzt hier einmal mit kleinen kreisenden Bewegungen. Versuchen aber dabei auch darauf zu achten, dass da zum Beispiel der Nabel nach innen zieht. Genau. Machen wir uns aufrecht groß. Und jetzt kreisen wir da einmal. Und wie gesagt, das ist halt auch so eine der Übungen, die viele oder einige belächeln. Und dann sage ich, na macht es das einmal. Weil wenn du das einmal zwei Minuten aushaltest, das geht schon richtig rein. So, dann wechseln wir wieder in die Richtung. Wir haben einmal kleine Kreise, die wir hier ausführen. Und dann natürlich kann ich hier von der Bewegung her größer werden. Und während wir kreisen, möchte ich euch noch zwei Fotos zeigen. Und zwar, hallo Philipp. Wie alle Jahre verbringe ich 14 Ferientage bei meiner Enkeling Clara in Kitzbühel. Ja, das ist fein. Und seit du Österreich bewegst, bin ich bzw. sind wir dabei. Vielen Dank für deine Übungen. Machen uns fit für den Tag und auch für das Leben. Liebe Grüße, Gertraut. Dankeschön. Jetzt kreisen wir einmal nach vorne. Nach vorne kreisen. Kann das Tempo auch hier natürlich erhöhen. Wenn ich will. Kreis dann nach vorne. So, dann kreise ich nach hinten. Jawohl. So, ganz kurz auslockern. Und wir gehen schon wieder mit den Armen nach oben. Denn jetzt geht es darum, hier nach außen zu schieben. Wer eine Pause dazwischen benötigt, macht diese. Und keine Sorge, auch ich spüre, ich spüre es. Ja, ist nicht so ohne. So, nach außen. Zack. Einfach nach außen schieben. Schieben. Sind wir so lustig mit dem Fernsehschau? Und dann sicher eine Hand geht nach oben, die andere nach unten. Muss ja so. Ich habe da nämlich an dem Bildschirm stehen, damit ich mich sehe, bzw. die Zeit eingeblendet. Schieben. Schieben nach außen. Ja, jetzt passt es glaube ich. Schieben nach außen. Schieben nach außen. Ich bin glaube ich ein bisschen verzogen, wenn wir schauen. Am Donnerstag bin ich beim Schmali. Und wir haben noch fünf, vier, drei, zwei und eins. So, wir lockern aus und zwar nächste Geschichte. Wir gehen in die leichte Grätsche. Jetzt gehen wir nach unten, stützen uns hier ab, Klassiker. Nehmen wir hier eine Handfläche, gehen da praktisch in die Öffnung hinein, versuchen hier nachzublicken und jetzt ziehen wir hier nach oben und versuchen hier unseren Daumen, unsere Handfläche zu folgen mit der Einatmung und kommen mit der Ausatmung hier wieder nach unten. Ziehen nach oben, atmen ein und kommen mit der Ausatmung. Wieder nach unten. Nach oben, ein und mit der Ausatmung wieder nach unten. Ja, gut mobilisiert, starten wir wieder hinein in den Tag. Hier nach oben ziehen. Und noch vier, drei. Zwei, zwei und der letzte auf der einen Seite. So, Wechsel, andere Handfläche und auch da wieder hinein. Ziehen nach oben wieder. Einatmen und bei nach unten. Ausatmen. Ein und mit der Ausatmung. Atmung fließen lassen, ganz wichtig dabei. Da haben wir die Ausatmung. Mit der Einatmung öffnen. Und bei nach unten wieder ausatmen. Super. Ja, genau so. Umgehen. Und wir haben noch vier. Und wir haben noch vier. Noch zwei. Und der letzte eins. So, jetzt richten wir uns wieder auf. Können so stehen bleiben. Und Hände Richtung Hüfte. Jetzt beginnen wir da einmal ganz locker zu kreisen. Die Körpermitte. Ja. Auch da wieder immer, ich sage immer wieder sanft beginnen. Ja. Nein fühlen, spüren. Ganz wichtig. Und ich werde auch sehen, also wirklich mit der Zeit bekommst du ganz einfach, wenn du dich regelmäßig bewegst, bekommst du ein ganz anderes Körpergefühl. Ja. Das ist, dann kann man die Richtung wechseln. Und dann natürlich kann ich hier, wenn ich merke, dass es gut geht, kann ich da größer werden von der Bewegung her. So, jetzt wechseln wir die Richtung. Ja. Und das sind diese einfachen Sachen. Ja. Ich kann mir erinnern, zu Beginn damals von der größten Bewegungsgruppe, hat mir ein Füße damals geschrieben. Er hat gesagt, er findet es super. Es muss nicht alles immer hyper mega und super, super toll sein. Ja. Es sind die Basics, die es ausmachen. Und wenn du die regelmäßig machst, wird es einfach gut. So. Und jetzt versuchen wir hier einmal einen Achter zu zeichnen, dort wo es geht. In eine Richtung. Und natürlich kann ich jetzt hier auch die Richtung wechseln. Aber bitte dort nur, wo es geht. Alle anderen bleiben bei der kreisenden Bewegung. So. Jetzt war meine Spur breiter. Und jetzt bewegen wir uns einmal zur einen Seite. Und dann rüber zur anderen Seite. Ja. Das heißt, da zum Beispiel stabilisieren wir. Da innen haben wir die Dehnung. Ja. Gehen wieder rüber. Stabilisieren. Bleiben kurz. Gehen wieder rüber. Andere Seite. Auch da bitte immer sanft beginnen. Lasst euch einfach Zeit. Rechts, links. Nie übertreiben. Nicht geblieben. Volle Maschinen. Na. Langsam. So. Gut. Ich richte mich auf. Ihr auch bitte. Nächste Geschichte. Sprunggelenksmobilisation. Dazu ein Bein gut verwurzeln. Aufrichte Körperhaltung. Unser Standbein. Ja. Genau. Sehr gut. Und jetzt beginne ich hier mit meinen Zehenspitzen einen vor mir liegenden Achtell zu zeichnen. In eine Richtung. Ja. Da haben wir schon. Ja. Stoppen. Jetzt gehen wir in die andere Richtung. Ja. Sehr gut. So. Wir wechseln unser Standbein. Standbein wechseln. Immer gut verwurzeln. Wichtig. Und dann geht's schon. So. Sehr schön. In eine. Unterlich in die andere Richtung. Zack. Jetzt muss ich selber überlegen. Ja. Genau. Oder in die andere. Dankeschön. So. Jetzt machen wir das Ganze mit unserem Knie. Hüftgelenksmobilisation. Wieder gut stabilisieren. Und da beginne ich klein. Und versuche auch hier einen Achter zu zeichnen. Mit meinem Knie praktisch. Beginne klein. Und werde dann von der Bewegung her größer. Ja. Also dann größer werden. So gut es geht. Hoppla. Genau. Das Gleichgewicht schulen wir damit auch. So. Und dann kann ich einmal kurz anhalten. Und die Richtung wechseln. Sehr schön. So. Beinwechsel. Anderes Bein. Gut stabilisieren. Ja. Immer. Genau. Nie ganz gestreckt. Und so. Und jetzt geht's los wieder. Eins. Und wir beginnen hier zu kreisen. Unseren Achter zu zeichnen. Danke, liebe Regie. Und jetzt gehen wir rüber in die andere Richtung. Ja. Sehr gut. Andere Richtung. Super. Ja. Da könnte es sein, dass es ein bisschen wackelt. Aber ist ganz okay. So. Wir lockern aus. Und gehen gleich über ins Gehen am Stand. Ja. Das heißt, wir nehmen ein bisschen Schwung auf. Tempo. Maschieren einmal dahin. Das heißt, Einstieg für die nächste Übung. Ja. Jetzt ziehen wir die Knie schon ein bisschen weiter nach oben. Und zusätzlich bitte, ja, drücken wir uns jetzt praktisch ab. Das heißt, jetzt ziehen nach oben und drücken uns hier ab. Ja. Nach oben ziehen. Ja. Und dann werden wir uns drauflegen. Das heißt, wir werden dann nachher noch in die koordinative Geschichte ein bisschen reingehen. Jetzt einmal nur abdrücken, dort wo es geht. Einfach versuchen und der Einsteiger macht es jetzt langsam. Ja. Und dann die Profis ziehen da richtig schön weit nach oben. Und jetzt der nächste Schritt. Knie nach oben ziehen. Ferse. Ja. Jetzt kommt das Koordinative zur Geltung. Knie nach oben. Ferse. Knie nach oben. Ferse. Ferse. Oben. Kann auch gern schon einmal mein Bein wechseln. Bleibt euch überlassen. So, das mache ich jetzt. Anderes Knie. Ferse. Wieder Knie. Hopse. Ferse. Nach oben ziehen. Da wird es schon warm, gell? Drücke mich hier ab. Wenn es zu viel ist, mache ich einfach nur eins, zwei. Aber dort wo es geht, wirklich versuche mich abzudrücken. Abzudrücken. Oben. Und noch drei. Zwei. Und eins. Sehr gut. So, unsere Beine. Nehmen wir wieder heute mit. Kniebeuge. Inklusive Kick. Sieht wie aus. Das heißt, wir gehen in unsere Ausgangsposition. Jetzt gehen wir. Mit dem Gesäß nach unten. So gut es geht. Nabeln Sie nach hinten. Kommen nach oben. Einsteiger. Kick. Geh nach unten. Fortgeschrittene. Kick. Profis können natürlich dann wirklich richtig schön. So gut es geht. Also, geht schon. Komm, gehen wir nach unten. Und auf geht's. Zack. Kick. Unten gehen. Kick. Bitte macht's weiter. Aufpassen für alle Neuensteiger. Bei der Kniebeuge. Nabel zieht nach innen. Aufpassen, dass das Popstall nicht ausfährt. Wenn ich merke, das passiert, dann gehe ich halt nur so weit nach unten. Und taste mich langsam heran. Ja, bis hin zur Profivariante. Okay. Geht schon. Und wir machen schon. Komm. Und gehen nach unten. Kick. Ja. Gehen wir jetzt noch ein bisschen Gas. Aber Gas heißt jetzt nicht unbedingt, dass wir die Geschwindigkeit erhöhen. Denn warum? Sag ich immer. Wir achten mehr auf die Qualität der Übung. Wenn du eine Pause dazwischen benötigst, mach diese nach oben. Ja, super. Gehen wir. Komm. Zehne schaffen noch. Zehn. Ja, ein bisschen intensiver heute. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und eins. Und Achtung, beim letzten. Jetzt gehen wir nach unten. Wir gehen nach unten. Gehen nach unten. Und jetzt halten wir kurz die Position. Fünf. Vier. Drei. Zwo. Eins. Und. Kommen wir nach oben. Ja. Da dürfen schon ein bisschen brennen, die Fusser. Gut. Kommen wir schon zur Cool-Down-Phase. Und zwar. Ein Bein nach vorne, das andere nach hinten. Das heißt, wir gehen dann die Wadenmuskulatur. Gleichzeitig aber können wir jetzt hier praktisch hinten ineinander greifen. Das heißt, und zieh dann da. Das heißt, Wade. Und dann greife ich da hinten rein. Und zieh dann nach oben. Das heißt, wir gehen nach oben. Und jetzt machen wir folgendes. Und jetzt machen wir folgendes. So, jetzt können wir noch bei der Wadenmuskulatur zum Beispiel den unteren Anteil dehnen. Indem wir da das Knie nach vorne schieben. Haben wir den unteren Anteil mit dabei. Kann auch gerne nach hinten greifen. Wechselt das Bein. Jetzt erst einmal so. Jetzt schieben wir da nach vorne. Kann auch da. Dann nach oben ziehen. Ja. Super. War optimal. Der Einstieg in den heutigen Tag. Ich wünsche euch einen wunderschönen. Lasst die Sonne rein. Und wie immer heißt es auch heute. Zur Woche Mitte. Trinken, trinken, trinken. Die Zelle, die muss schwimmen. Die Zelle, die muss schwimmen.